Oh, verdammt! Alter, schlechte Nachrichten, du bist tot. Was? Ich bin da tot? Sorry, Alter, obertod. Du bist raus. Also, was ist jetzt? Komm ich in den Himmel? Nö, wenn ein Tod stirbt, da steht er wieder auf. Du erstehst als chinesisches Baby wieder auf, und zwar genau jetzt. Mädchen? Mädchen.